Schönen guten Tag Leute, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus und bei dem größten Produktsuche-Video, was ich 2021 veröffentlichen werde. Das Jahr ist zwar noch jung, aber ich kann dir sagen, das wird so ausführlich. Ich weiß deswegen nicht, ob ich es dieses Jahr tatsächlich nochmal wiederholen werde, so etwas Ausführliches zu machen. Wir werden starten, wir werden gucken, was für Produkte sich gut verkaufen, generell was für Nischen wir gehen möchten, was für Produkte No-Gos sind auf Amazon mit konkreten Beispielen. Wir werden das ausnutzen, was die Händler-Software Helium 10 an Produktsuche-Tools uns bietet. X-Ray Helium 10 Blackbox, also Produktsuche per Knopfdruck. Außerdem werden wir noch schauen, wie wir die Produkte auf Alibaba finden und das auch noch einfacher als denn je. Und zum Schluss gucken wir uns noch ein paar Helium 10 Blackbox-Funktionen an, die ich hier noch nie gezeigt habe auf YouTube. Also wir brechen wirklich auf in Neuland. Deswegen glaubt mir, das wird das absolut umfangreichste Produktsuche-Video 2021, was ich gestartet habe. Also ohne jetzt lange Umschweife würde ich sagen, springen wir an meinen Computer und legen los, gucken, was es Interessantes aktuell gibt, wo das Geld liegt. Produkte, die wir ohne Kopfschmerzen erfolgreich auf Amazon in unserem eigenen Store starten können. Und wenn dich Videos und Anleitungen wie die hier interessieren und sagst, Markus, mach mehr davon, dann klick den Daumen nach oben. Klick den Daumen-Button. Lass mich wissen, dass es gut ist für dich. Und lass damit auch YouTube wissen, dass du sowas sehen willst. Weil solche Reaktionen sind einfach nötig, dass YouTube meine Videos auch anderen Leuten vorschlägt, die das auch interessiert. Also danke dafür und los geht's. Legen wir los mit unserem Produktsuche-Video. Und ihr wisst, es gibt ein Tool, was ich dafür immer benutze, Helium 10. Ich bekomme jeden Monat von irgendwelchen Softwareherstellern, um Amazon irgendwelche Angebote, deren Software vorzustellen und die hier auf dem Kanal zu bewerben. Für Geld im Austausch, ich lehne immer alles ab, weil ich zeige hier wirklich nur, was ich selber benutze. Und Helium 10 kann alles praktisch das Schweizer Taschenmesser für den Amazon-Händler, weil es eine Software-Sammlung ist mit so vielen einzelnen Programmen für alle Arbeiten, die du tun musst. Vom Start an wieder Produktsuche zu dem Punkt, wo du dein Amazon-Produkt veröffentlichst mit dem Listing und es dann weiter optimierst mit Keyword-Recherche. Und schließlich zu den weiteren Aufgaben, wo du deine Einnahmen aufgeschlüsselt haben willst, um zu sehen, was sind die Umsätze, was sind die Kosten, was bleibt übrig. Und natürlich auch solche Sachen, den Lagerbestand im Auge zu behalten und gewarnt zu werden, vor der Lagerbestand leerläuft und du rechtzeitig nachbestellen musst im China, um mehr Ware produzieren zu lassen. Aber heute interessiert uns besonders Product Research, also Produktsuche. Deswegen halten wir uns hier auf. Dazu nutze ich auch manchmal gerne ein Tool hier aus dem Bereich, Cerebro. Aber wir konzentrieren uns heute auf Blackbox, weil es ist so umfangreich. Ich habe mir überlegt, wie wir es machen. Ich würde sagen, wir starten mit den Basics, um hier wirklich alle mitzunehmen, auch die Anfänger sind. Und von hier aus gehen wir über die verschiedenen Funktionen, die es hat. Es gibt hier noch ganz andere Produktsuchearten im Blackbox. Die zeige ich hier auch, bis hin zu einem Paar, die ich noch nie gezeigt habe. Also es wird sehr umfangreich. Für jeden wird was Neues dabei. Starten wir aber, wie gesagt, erstmal mit den Kriterien. Und damit füttern wir Blackbox. Das ist nämlich praktisch ein Filter. Blackbox kennt 500 Millionen Amazon-Produkte und deren Daten. Und wir geben jetzt genau ein, was wir für einen Anspruch haben an das Amazon-Produkt, was wir starten wollen. Wie profitabel es sein muss. Wie sicher und einfach es sein muss. Und Blackbox gibt uns dann die Ideen. Und das geben wir hier oben ein in die Maske. Damit setzen wir die Filter. Ich mache es mir mal ein bisschen einfacher. Weil du kannst verschiedene Kombinationen an Filtern auch abspeichern, die du gesetzt hast und du die gerne benutzt. Und deswegen lade ich mal etwas, was ich gerne benutze. Das können wir aber ändern. Nichts ist hier in Stein gemeißelt. Also starten wir aber mal mit den Kategorien. Und da bekomme ich häufig die Frage, aus welcher Nische soll mein Produkt sein? Das ist die Antwort. Wenn du es noch nicht gesehen hast, mach dir hier die Notizen. Also alles, was ich hier schon blau markiert habe, sind die Nischen, die uns interessieren. Wir wollen Produkte in China einkaufen können, mit unserem eigenen Markennamen produzieren können. Und möglichst die Hände von lassen von Elektronik. Und deswegen fangen wir hier an zu filtern. Also Automotorrad, Babybaumarkt, Beauty ist sicher gut. Bekleidung nicht optimal. Hier kannst du 50% Retourenquote erwarten. Die Leute schicken das zurück. Wie wahnsinnig. Deswegen wollen wir es nicht. Beleuchtung ist Elektronik wollen wir nicht. Bücher wollen wir nicht. Weil dazu hat nur der Autor die Rechte. Und wir wollen es nicht selber schreiben müssen. Aber Büro und Schreibwaren, Drogerie und Körperpflege, Gartengewerbe, Haustier, Küche, Wohnen, Kamera und Foto könnte man zum Beispiel machen. Wenn es um Zubehör geht. Natürlich nicht um die Kameras selber, weil es Elektronik ist mit Akkus. Viel Zubehör hat Elektronik. Deswegen lasse ich es mal raus. Aber das ist hier sowas, da kannst du auch suchen, wenn du willst. Da gibt es auch viele einfache Produkte, die keine Elektronik sind. Schuhhandtaschen, warum ist das denn dran? Ne, das ist genauso schlecht wie Textilien. Das wollen wir auch nicht. Musikinstrumente, DJ Equipment ist so ein bisschen wie Foto. Da gibt es auch viele analoge Sachen, die sehr einfach funktionieren. Zum Beispiel Notenständer. Auf jeden Fall kann man darin auch mal suchen. Eben nicht unbedingt den Plattenspieler. Spielzeug, Sport, Freizeit ist auch eine gute Kategorie. Heißt aber nicht automatisch, dass jedes Produkt darin super ist. Weil auch darin findest du natürlich viele Sachen wie Textilien in Sport und Freizeit oder Spielzeug mit Batterien. Lasst als Anfänger die Finger davon. Das kann man später machen, wenn man wirklich super erfahren ist. So, monatlicher Umsatz. Das ist auch absolut dir überlassen. Wie viel Umsatz soll dein Produkt, was du starten willst, im Monat mindestens sein? Es können für den einen 10.000, 20.000 Minimum sein. Für den anderen, der ist aber auch froh, wenn er ein Produkt hat, was sich vielleicht für 1.000 Euro im Monat verkauft. Wir lassen es mal bei 500. Auch hier der Preis. Wir wollen etwas verkaufen, was genug Umsatz macht und deswegen genug Gewinn abwirft, dass wir davon was haben. Also kein Billigware. Wir können aber auch sagen, es soll mindestens 25 Euro kosten und dann vielleicht bis 65 gehen. Das ist auch nicht verkehrt. Review-Count ändere ich auch mal auf 125. Das wird auch häufig übersehen. Wenn du ein neuer Verkäufer bist und du startest Gegenhändler, die schon tausende Bewertungen haben in der Nische, ist das sehr, sehr schwierig. Die haben sich den Weg da in höchstwahrscheinlich hingekämpft, sind super optimiert. Deswegen lieber Konkurrenz, die bis zu 125 Bewertungen hat. Shipping-Tier, das heißt Versandgröße. Wie groß soll das Produkt sein? Small Standard Size ist gut, weil das verbraucht wenig Lagerplatz. Wir müssen auch den Lagerplatz bezahlen und den Import bezahlen. Da richtet sich auch nach Größe. Small Oversize kannst du auch noch machen. Das sind auch noch geringe Gebühren. Aber alles andere so groß wie eine Schubkarre oder ein Regenfass, davon wollen wir die Hände lassen. Sowas wollen wir nicht verkaufen. Dann haben wir hier Advanced Filters mit noch mehr Sachen. Wir müssen aber nicht alles ausfüllen. Wir können gucken, was wir wollen. Auf jeden Fall, das Gewicht wollen nicht zu schwer werden. Eben wegen dem Import. Hier habe ich 1,5 Pfund, 750 Gramm angegeben. Das ist noch leicht genug. Dass es nicht zu teuer wird. Fulfillment habe ich Amazon FBA, also FBA angegeben. Warum? FBM, das sind die Selbstversender. Höchstwahrscheinlich, wenn jemand selbst versendet, macht er das, weil es zu unprofitabel ist, das über Amazon zu machen. Muss nicht unbedingt sein, aber kann durchaus sein. Dann gebe ich hier noch gerne einen Variation Count 1. Warum grenzen wir das ein? Ganz einfach. Wir wollen kein Produkt starten, wie zum Beispiel Handtücher. Ganz klassisch. Das erwarten die Kunden, dass sie da aus 10 Farben aussuchen können und in drei Größen. Das heißt, du hast schon mal 30 Varianten. Und wenn du nur 100 pro Variante einschickst, bist du schon mal bei 3000 Handtüchern, die du beim Hersteller kaufen willst. Halten wir es lieber einfach. Gucken wir lieber nach Produkten, wo es wirklich nur ein Produkt zur Auswahl gibt. Und die maximale Menge an Verkäufern grenzt sich auch mal ein, grenzt sich mal auch wirklich auf 1 ein. 2 wäre auch noch tief. Damit vermeiden wir, dass wir Produkte vorgeschlagen bekommen, die jeder Händler beim Großhändler kauft. Zum Beispiel eben Nike-Schuhe. Jemand in Deutschland beim Großhändler kauft, anbietet aber auch 10 andere Händler. Das wollen wir erst gar nicht sehen. Und eine kleine Zahl wie 1, 2, 3 heißt auf jeden Fall, dass wir recht exklusive Produkte finden. Jetzt klicken wir auf Search. Oh, und da sehen wir, wir haben über 200 Produkte angezeigt bekommen. Also das grenzen wir dann nochmal ein, indem wir hier einfach ein bisschen abwählen. Auto, Motorrad, Baby, Baumarkt, Beauty machen wir mal. Büro, Drogerie. Lassen wir mal Garten. Vielleicht Haustier, Küche. Okay, Spielzeug, Sport, Freizeit. Drei Kategorien. Okay, also wir wollen hier wirklich auf eine übersichtliche Menge kommen. Dafür haben wir die Filter. Wenn man keinen Filter setzt, dann hast du 500 Millionen Produkte zur Auswahl. Das wollen wir uns schon mal ein bisschen schlauer anstellen. Jetzt gucken wir, was wir vorgeschlagen bekommen. Und jetzt sehen wir die Vorschläge mit Titel vom Produkt, mit Titel Foto vom Produkt. Das habe ich schon häufiger gesehen hier. Das ist irgendein Messgerät für Leute, die selbst ihr Bier brauen. Problem ist nur, davon gibt es sicherlich schon 100 Anbieter. Und jedes Messgerät sieht praktisch gleich aus. Also ich möchte gerne was haben, was ein bisschen individueller ist, wenn ich es anbiete. Deswegen nicht. Aber ansonsten siehst du schon mal, du bekommst hier auf einen Blick viele Daten. In welcher Kategorie ist es? Was ist der Markenname? Was ist die Größe? Wie viele Bilder benutzt der Anbieter? Wenn du hier zum Beispiel was siehst, dass jemand nur ein, zwei Bilder drin hat, dann ist das auch ein gutes Zeichen, dass das Produkt nicht optimal gestaltet ist in der Beschreibung. Und du siehst auch das Alter vom Angebot. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn das erst ein, zwei Monate sind, dann kann es zum Beispiel ein Trendprodukt sein. Also wir wollen was haben, was wir auch langfristig verkaufen können. Deswegen ist so ein hohes Alter wie hier von zwei Jahren schon mal super. Außerdem siehst du den Verkaufspreis, den Umsatz und die Bewertung, alles zahlen, die wir sehen wollen. Scroll mal weiter. Ja, so eine Kaffeemühle, ja, ist interessant, so eine Handkaffeemühle für Leute, die ihr Espresso selber malen wollen, Ersatz-WC-Bürsten, Zimmer, Gewächshaus, Anzuchtschale. Das ist zum Beispiel schön. Das ist ein sehr einfaches Produkt. Wir wollen wirklich auf einfache Produkte achten, möglichst wenig Mechanikprodukte, die Leute sagen, ja, das habe ich erwartet, das behalte ich. Wir wollen nichts, wo Leute super penibel sind und dann wieder zurückschicken, wie Schmuck zum Beispiel. Also was sehen wir hier? 1,5 Pfund ist gerade unter unserer Grenze, gerade drunter. 1,48, wir haben 1,5 angegeben, maximal 26 Euro kostet so ein Teil. Der macht 6.000 Euro Umsatz jeden Monat. Das ist gut. Wie lange gibt es das? 15 Monate, also auch schon über ein Jahr. Sehr, sehr schön. Also das zum Beispiel ein Produkt, würde ich mir vielleicht für gleich schon mal merken. Mal sehen, vielleicht finden wir noch was Besseres. Silberfischlösung, also irgendein Gift gegen Insekten. Hundeschere, sicherlich auch immer gut. Leute, die ihre Hunde pflegen wollen, so ein Set. Sanduhr für Kinder. Aha, ein Fünfer-Set in verschiedenen Zeiten. Also die laufen in verschiedenen Zeiten durch. 1 Minute, 3, 5, 10 und 30 Minuten. Das ist eine coole Sache. Das könnte ich mir gut vorstellen. Kostet auch 26 Euro. Also ich wette, die gibt es echt billig in China. 26 Euro ist eine Menge dafür. Und die Leute kaufen es für 5.800 Euro im Monat Umsatz mit so einem Sanduhren-Set. Also sagt mal in die Kommentare, könnt ihr euch vorstellen, sowas zu verkaufen? Also könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Sehr schönes Produkt. Gucken wir vielleicht auch gleich mal genauer an. Desinfektionsspender. Messer. Eine ewige Rose. Brotdose. Hände weg von Brotdosen. Die sind immer. Deswegen ist es wichtig, nicht nur einmal für 5 Stunden Produktsuche zu machen, sondern vielleicht jeden Tag für 10 Minuten, 15 Minuten. Du siehst über die Zeit, wie sich die Ergebnisse verändern. Aber du siehst immer Brotdosen. Dann weißt du, die werden permanent gestartet. Hier, Alter 1 Monat. Das habe ich gesagt. Alter 1 Monat ganz gefährlich. Das könnte jemand sein, der die gerade über irgendwelche Facebook-Gruppen verschenkt. Das heißt, die Leute bezahlen es. Amazon sieht den Umsatz. Deswegen steht hier, dass er 5.000 Euro Umsatz macht. Aber tatsächlich bietet er Rückerstattung über PayPal an. Deswegen 1 Monat. Darauf fallen wir nicht rein. Also Brotdosen gibt es wie Sand am Meer. Alle sehen gleich aus. Alle sind aus Edelstahl. Also ich würde sagen, ich scrolle hier mal drüber. Wie viele Treffer waren es eigentlich? Drei Seiten. Okay, das ist übersichtlich. Meisen-Futtersäule. Auch hier wichtig. Jetzt gerade wie ich es aufnehme, ist Ende Februar. Es hat geschneit in Deutschland. Deswegen werden solche Dinger gekauft. Überleg ein bisschen. Könnte es ein Trendprodukt sein? Vor allem hier steht auch Alter 4 Monate. Nicht ideal. Aber könnte es ein Trendprodukt sein? Weswegen kaufen sowas Leute gerade jetzt? Also ganz sicher wegen dem Schnee. In einem Monat fällt der Umsatz zu Boden wie ein heißer Stein. Also Hände weg von solchen Trendprodukten. Wenn du wirklich regelmäßig das verkaufen willst. Digitales Grillthermometer. Wir wollen nichts mit Strom. Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen. Zur Bewältigung von Angst und Stress. Sehr interessant. Also Nahrungsergänzung für Tiere. Läuft sicher sehr, sehr gut. Gucken wir mal nach dem Umsatz. Auch 6.000 Euro im Monat. Aber sowas nicht aus China kaufen. Sowas aus Europa kaufen. Da brauchst du Nachweise, was alles drin ist. Und wenn das in Europa hergestellt wurde, liegt die Verantwortung beim Hersteller in Europa. Wenn das in China hergestellt wurde, liegt die Verantwortung beim Importeur, also bei dir, lieber Hände weg. 3D-Druckerstift. Also lassen wir mal wirklich hier die Hände von Elektronikzeug. Das Ding hatte ich letztens schon. Schnittswerkzeug. Wird auch immer noch gut verkauft. Also wir gucken uns gleich mal die Produkte an. 1, 2 habe ich ja schon. Sieht aus wie ein Hundespielzeug. Sieht aus wie eine Peitsche. Ich dachte, was macht denn hier eine Peitsche hier? Aber Outdoor-Training für Hunde. Okay. Gut, gut. Das ist auch ein super Set. Was kostet das denn? 30 Euro? 9.000 Euro Umsatz im Monat. Wow. Wow. Nicht schlecht. Das ist ein cooles Set. Das ist ein cooles Set. Das finde ich auf jeden Fall auch gut. Und sehen wir noch was auf der letzten Seite. So, auf der letzten Seite habe ich nichts mehr gefunden. Was wir also machen, ist jetzt hier auf die drei Punkte klicken. Und da können wir sagen, geht zu dem Produkt auf Amazon. Und dann öffnet sich das. Das habe ich jetzt auch schon für die anderen gemacht. Und von hier aus gucken wir uns mal das Listing so ein bisschen an. Also, sind hier genug Bilder drin? Auf jeden Fall. Also, das hat er schon ganz gescheit gemacht. Scheint sogar noch ein gratis E-Book dabei zu geben. Also, ja, es hat schon jemand gemacht, der sich Mühe gemacht, das ordentlich zu machen. Auch hier die Stichpunkte sind gut ausgefüllt. Also, das Listing selber ist gut. Mal sehen, wie denn die Konkurrenz ist. Also, Reizangelhunde. Wir müssen jetzt einen Suchbegriff finden, woran wir die Nische uns angucken. Von dieser Art Hundespielzeug. Also, Hundespielzeug wäre jetzt super allgemein. Das steht zum Beispiel hier im Titel. Jetzt müssen wir einen Suchbegriff auswählen, nachdem wir von der Startseite auf Amazon gleich suchen. Und dann möglichst nur solche Produkte angezeigt bekommen. Aber möglichst viele. Deswegen soll es nicht zu speziell werden. Zum Beispiel Reizangelhunde mit Ersatztaul, Seil und E-Book. Also, das wäre jetzt zu speziell. Aber Reizangelhunde, ich glaube, da könnten wir was finden. Gehen wir also auf die Startseite. Immer von der Startseite suchen. Ganz wichtig. Geben ein Reizangelhunde. Und da sehen wir, ja, da gibt es eine ganze Reihe Sets. Das ist sogar der Bestseller, den wir gesehen haben. Ah, die sind alle recht ähnlich, muss man sagen. Gucken wir mal, wie der Umsatz ist. Und den Umsatz schauen wir uns an mit Helium 10 X-Ray. Also, bis hierhin haben es sicherlich viele schon gesehen. Aber ich denke, ich habe heute schon ein paar kleine Details hier reinrieseln lassen, die für den einen oder anderen trotzdem neu sind. Deswegen nicht verkehrt, sich sowas nochmal und nochmal anzusehen. Ich wette, du hörst jedes Mal was Neues raus, um sicherer zu sein, nach was du wirklich suchen musst auf Amazon. Also, die ersten vier Treffer sind Werbeanzeigen. Die wollen wir nicht angucken. Wir wollen die wirklich die echten Ergebnisse ansehen, die hier angezeigt werden, weil die Produkte viel Umsatz machen. Und das geht dann hier los. Und da sehen wir die Umsätze 9.000 für den Top-Anbieter. 2.000, 6.000, 1.000, 1.000, 1.000. Von daher überrascht es mich, ehrlich gesagt. Wir haben 1.500 Suchen nach dem Suchbegriff. Aber jetzt wirklich nicht die Riesen-Umsätze. Immerhin sechs Stück, die vierstellig sind. Aber da würde ich gerne ein paar mehr sehen, die über 5.000 sind. Also, von daher wäre es jetzt für mich kein Produkt. Falls du eben sagst, okay, 1.000, 2.000 Euro Umsatz reicht für mich auch. Wenn ich hier ganz weit nach oben komme, dann wäre es was. Aber an der Stelle würde ich nicht mehr weitersuchen, obwohl es ein gutes Produkt sind. Gucken wir mal die Reviews an. Review Count 14, 46, 241, 300, 113, 115. Ja, der geht eigentlich auch noch. Also, kein schlechtes Produkt. Aber einfach für den Suchbegriff nicht gerade viel Umsatz. Also, hier sieht man zum Beispiel einen, wow, der macht 58.000 Umsatz damit im Monat. Im Monat wohlgemerkt 19.000. Die kommen aber sicher durch andere Suchbegriffen. Ah, Schnüffelteppich sehe ich hier auch. Ne, das ist ein anderes Produkt. Der für 19.000 ist ein Schnüffelteppich. Also, schon mal was ganz anderes. Deswegen machen wir die Produktrecherche, um solche Zahlen zu sehen. An der Stelle würde ich sagen, ist das Produkt nicht interessant genug. Gucken wir dann mal weiter. Bei der Kindersanduhr also auch jede Menge Bilder. Ah, hier zum Beispiel. Da hat man die Bilder vom Hersteller genommen oder ist sogar aus China. Also, das wird sich deutlich besser verkaufen mit europäischen Kindern drauf. Die Leute, die wollen das nachvollziehen. Auch noch hier ein bisschen andere Einsatzgebiete, aber in Englisch. Das heißt, auch hier hat man sich nicht die Mühe gemacht, das auf Deutsch zu übersetzen. Also, da ist schon mal Potenzial, wenn du solche Kleinigkeiten siehst. Umso mehr du verbessern kannst an deinem Listing, umso besser. Gucken wir mal. Sanduhr für Kinder. Tja, vielleicht müsste man direkt nach einem Sanduhr-Set suchen, aber geben mal ein Sanduhr-Kinder, würde ich sagen. Dafür gehen wir aber auch wieder auf die Startseite. Ah, da sehen wir schon eine ganze Reihe Sets in der Werbung. Ja, aber auch hier unter den Treffern. Also, Sets sind schon beliebt. Hier für 26 war es, glaube ich, unsers, aber da für 34. Die Leute zahlen sogar noch mehr. Das ist schon mal interessant zu sehen. Auch hier öffne ich mal wieder Helium 10. Da sehen wir schon hier, gibt es schon zwei Leute, die haben ein 6er-Set. Das ist ein 5er-Set. Hier gibt es Leute, die bieten ein 6er-Set an. Also, da schläft die Konkurrenz auch nicht und guckt, wie kann man es noch interessanter machen. Aber die aus dem 5er-Set, die finde ich schöner. Sag du mal in die Kommentare, welche Sanduhr würdest du eher verkaufen? Ein 6er-Set aus diesen Röhren oder ein 5er-Set, was so ein bisschen bauchiger ist. Also, das finde ich eigentlich schon optisch ansprechender. Gucken wir mal auf X-Ray und lassen uns diese Suchergebnisseite aufschlüsseln in Umsatzdaten. Und da sehen wir auch hier ein Suchvolumen von 1200 im Monat nach Sanduhrkinder. Also, danach wird schon gesucht. Jetzt schauen wir mal, was sind so die Verkaufspreise. Die sehen wir hier. 25,99 Euro, 34. Da müssen wir aufpassen. Hier tauchen jetzt natürlich auch einzelne und Zweier-Sets auf. Die sind natürlich dann billiger wie das hier. 6,99 Euro, 15. Also, lieber was Hochpreisiges, würde ich sagen. Lieber ein 5er-Set machen. Und das Gleiche müssen wir angucken, wenn wir den Umsatz ansehen. Also, hier 5,918.000 für ein 5er-Set XXL. Also, da musst du dann wirklich untersuchen, was macht viel Umsatz? Was ist das für ein Set? Das hier ist ein 5er-Set. Das hier macht nur 2.000 Umsatz, ist aber auch nur ein Zweier-Set. Also, die 5er-Sets sind ganz offensichtlich interessanter. Siehst aber hier viel fünfstellige Umsätze. Das ist schon mal deutlich besser als das Hundeprodukt. Bewertungen sind hier 220, 230, 160, 170. Ein bisschen höher, als wir es gerne sehen würden. Schöner wäre es mit unter 125, aber eben nichts in Stein gemeißelt. Also, auch da könnte man noch gegen ankommen, wenn man hier sich an ein Set hält, was sich einfach sehr gut verkauft und sich danach richtet oder vielleicht sogar eine bessere Variante davon anbietet. Also, durchaus ein interessantes Produkt. Und jetzt, wo wir ein Produkt gefunden haben, von dem wir ausgehen, dass es sich lohnt, wollen wir es mal genauer anschauen. Und deswegen schauen wir auf alibaba.com bei so einer Sache. Und ich gebe mal Hourglass ein. Ich suche immer auf Englisch. Also, Alibaba übersetzt zwar auch auf Deutsch, aber aus meiner Erfahrung ist es immer besser selber, wenn du nicht sicher bist, vorher auf Google Translate zu schauen, wie heißt das Produkt auf Englisch. und danach zu suchen. Und da sehen wir schon mal jede Menge Sanduhren. Ah, und das kommt dem doch schon mal nah. 15 bis 20 Cent. Also, da muss man jetzt wirklich mal gucken, was ist denn die Größe von denen. Guck mal hier diese röhrchenförmigen 15 bis 25 Cent. Echt sehr, sehr günstig. Die sehen natürlich auch schick aus. Die sehen natürlich cool aus, sind aber deutlich teurer. Und da klicke ich mal drauf, gucken, was das ist. Da ist jetzt die Frage, bekommen wir ein Set angeboten? Ich denke mal, also 300 bis 499 Sets möchte der verkaufen. Vermute ich mal, dass es wirklich so ein 6er Set ist. Also so ein 6er Set von solchen großen Sanduhren für unter 6 Dollar. Lass es viel kosten beim Versand. Lass es dann vielleicht auf 10 Dollar im Einkauf kosten. Aber, dann schauen wir nochmal zurück. Was haben die gebracht? Hier 25, 26, 34. Also zwischen 26 und 34 Euro für ein 5er Set. Wir haben jetzt ein 6er Set gefunden. Das würde ich wenigsten für 29,99 anbieten. Vielleicht sogar für 35 probieren anzubieten. Und das kriegen wir für 10 Dollar mit Versand aus China. Dann kommt noch Zoll und solche Sachen drauf. Aber bis es im Amazon Lager ist, sind es vielleicht 10, 11 Euro. Also das wäre super profitabel. Das wäre ein sehr, sehr interessantes Produkt. Also das wäre mein Ablauf. Also schau im Blackbox nach guten Ideen. Suche dann nach der Produktidee auf Amazon. Schau dir die gesamte Nische an. Der ganzen Suchtreffer, die wir hier haben. Mit Helium 10 X-Ray. Und dann gucke auf alibaba.com. Was uns sowas im Einkauf kosten würde. Und ich kann es mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es schon funktioniert. Ich öffne jetzt nochmal X-Ray. Weil das ist eine neue Funktion hier. Die ist so neu. Ich glaube, die funktioniert noch nicht auf Deutsch. Aber hier steht Source auf alibaba.com. Hier gibt es einen Button, was genau das machen soll. Dass es uns das Produkt auf alibaba.com findet. Und es zeigt uns Kinderüberraschung an. Na klar, weil Kinder der Suchbegriff ist. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Also das ist noch so neu, dass es das deutsche Wort in die englische Suche gibt. Macht natürlich keinen Sinn. Aber es ist jetzt erst ein, zwei Wochen alt. Ich wette, es funktioniert demnächst auch auf Deutsch. Dann öffnet sich alibaba mit der Suche. Nämlich mit einem Klick. Und du musst noch nicht mal mehr selber auf die Seite gehen und nachgucken. Also da bin ich gespannt, wenn sie soweit sind. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ein schönes Produkt gefunden. Gucken wir nochmal auf das dritte. Wir hatten uns drei Produkte hier ausgesucht. Danach gucken wir weiter in Blackbox nach der nächsten Produktsuchetechnik. Das war hier dieses Gewächshaus. Da tut man wohl die Samen rein und ein bisschen Erde. Und dann wächst es da raus. Also so ein einfaches Produkt. Unglaublich. Nämlich mit 96 Aufzuchttöpfen. Also das sind dann wohl diese Pappeinleger. Die sind auch dabei. Das kann nicht viel kosten. 95,90. Also suchen wir mal Anzuchtset oder Gewächshaus. Gucken wir mal nach Anzuchtset. Also man muss immer gucken, was ist der beste Suchbegriff. Nach was haben wir genau die Treffer, die wir gesucht haben. Ja, das sieht doch gut aus. Sowas haben wir doch gesucht. Genau das wollten wir doch. Sehr schön. Beim ersten Probieren und hier sehen wir ein Zweierset für 10 Euro. Ja, wir halten uns natürlich an das Sechser Set. Wir wollen ein bisschen höherpreisig werden. Ich wette, die kann man gut ineinander stapeln, dass die noch nicht mal so viel mehr Platz wegnehmen. Auch hier starte ich wieder Helium 10 X-Ray, um mir die Daten genauer anzusehen. Ich sehe schon mal 880 Suchen im Monat nach diesem Suchbegriff Anzuchtset. Und ich wette, da gibt es zig Suchbegriffe, die alle hohe Aufrufe haben im Monat. Also schauen wir mal. 8.000, 12.000. Also 8.000 Umsatz macht das Set mit dem 6 Stück drin. Also hier gibt es verschiedene Sets. Das muss man natürlich beachten, wenn man die jetzt hier vergleicht. Hier ist ein 5er Set. Für 35 Euro macht 27.000 Euro Umsatz. Also das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr profitabel. Also da würde ich doch auch mal gucken, was das Ganze im Einkauf kosten würde auf alibaba.com. Das macht mich neugierig. Nur habe ich jetzt keine Ahnung, nach was ich genau suchen soll. Gewächshaus ist Glashaus. Aber es zeigt uns jetzt hier für 15.000 Dollar so Riesenhäuser. Wir wollen natürlich so ein Mini-Gewächshaus. Wow, was habe ich jetzt gesucht? Also ich habe jetzt bestimmt irgendwie 7, 8 verschiedene Wortkombinationen eingegeben, um das hier zu finden. Also es hat mich jetzt wirklich lange gedauert, was auch gut sein kann, weil wenn etwas schwierig zu finden ist, dann haben andere Leute auch die Probleme, die sind vielleicht nicht so hartnäckig wie du und die geben dann eher auf. Und das kann ein gutes Produkt sein. Also hier steht 10 Cent bis 48 Cent. Kann das echt sein, dass du die Schale, diesen Einsatz und die Plastikkuppel dafür bekommst für 10 bis 48 Cent? Das wäre echt der Wahnsinn, weil Kosten tut ja das 6er Set 26 Euro. Also würde ich einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit zum Suchen investieren. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen näher eingegreist mit dem Suchbegriff, war jetzt doch ein bisschen schwieriger zu finden. Aber man sieht, es gibt es natürlich wie alles auf alibaba.com. Mit solchen Fragen wenden sich auch regelmäßig die Mitglieder in meinem Kurs an mich. Falls du es noch nicht weißt, ich biete einen Amazon-Kurs an. Komplett in Detail der Kurs, der dich zum aktiven Amazon-Store bringt, zum erfolgreichen Amazon-Verkäufer. Und das sind Videoanleitungen, die sehr ausführlich sind mit vielen Profitricks, die niemand öffentlich zeigt. Aber auch noch meine persönliche Beratung, weil da kannst du also immer mich fragen, wenn du Ideen hast und ich gucke es mir an. Falls du das noch nicht weißt, aber sowas suchst, unter dem Video findest du den Link zu meinem Amazon-Kurs. Also das war auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Ich würde sagen, wir gucken aber noch in die anderen Funktionen von Blackbox, bevor wir uns damit jetzt zu lange aufhalten. Und wir haben hier gerade mal hier oben die erste Funktion angeguckt. Ist allerdings auch die wichtigste, würde ich sagen. Die anderen sind aber auch sehr interessant, wie zum Beispiel diese Keyword-Funktion. Die sucht uns nämlich nicht speziell Produkte, sondern die sucht uns Suchbegriffe. Also schauen wir mal, anstatt hier ziemlich einen großen Preis einzugeben, sagen wir hier, wir wollen Suchbegriffe angezeigt bekommen, die mindestens 2000 Mal im Monat auf Amazon gesucht werden. Und für die es einen Umsatz gibt, sage ich mal von mindestens 3000 bis, sagen wir mal, 9000 Euro. Wir wollen nicht zu hoch gehen, wir wollen nicht Suchbegriffe vorgeschlagen bekommen mit 50.000 Euro Suchbegriff. Das ist hier ein Video für Anfänger. Du wirst höchstwahrscheinlich kein Produkt starten, was sich für 50.000 Euro im Monat verkauft, weil du die Ware gar nicht vorfinanzieren kannst. Auch hier im Review-Count geben wir 1, 2, 5. Auch hier geben wir 1, 2, 5 bis 55 Mal an Preis. Word-Count ist auch wichtig, sage ich mal Minimum 2. Warum? Das ist die Anzahl der Suchbegriffe, nach denen gesucht wird. Also ich stelle dir vor, jemand sucht nach Küche oder nach Sport. Also der hat noch gar keine Ahnung, was er eigentlich sucht oder was er eigentlich genau kaufen will. Der surft ein bisschen auf Amazon. Aber wer jetzt spezieller sucht, wie gerade zum Beispiel 6er Gewächshaus-Set, der hat eine ganz klare Idee, was für ein Produkt er sucht. Wahrscheinlich wird er es heute auch kaufen. Deswegen ist das nicht verkehrt, wenn es ein bisschen mehr Wörter sind. Kategorien geben wir auch mal ein. Sagen wir mal Baumarkt, Küche, Haushalt, Gewerbeindustrie. Wählen wir mal die drei. So, also hier kannst du auch noch speziell bestimmen, welche Begriffe enthalten sein sollen. Hier kannst du auch speziell Begriffe ausschließen. Auch hier sagen wir Small, Large, Oversize, eine Versandgröße. Fulfillment sage ich auch noch mal Amazon. Und wie gesagt, hier kannst du noch viel mehr aussuchen. Zum Beispiel den Zeitraum, seit wie lange sowas schon gesucht wird, wie lange es schon vorhanden ist auf Amazon. Oder die Anzahl der maximalen Verkäufer tue ich auch mal auf 1. Also hier kannst du ruhig ein bisschen kreativ sein, ein bisschen rumexperimentieren, schauen, wie sich deine Eingaben das Ganze verändern lassen. So, jetzt habe ich 13 Treffer gefunden. Zum Beispiel Ostereier zum Aufhängen. Ganz klar zu saisonal. Also Ostereier wollen wir nicht verkaufen. Die kann man nur einmal im Jahr wirklich verkaufen. Candle Magic Kit, Kerzenständer schwarz, Ostern Deko, Tischset Leder. Okay, da sucht also offenbar jemand Untersetzer für die Tische. Ich vermute mal, das ist es also für den Teller, so Platzmatten. Rahmenschüssel, also Rahmenschüssel. Das ist für diese chinesischen Nudeln, sucht jemand. Also das ist offenbar auch eine Nische, die interessant ist. Edelsteine mit Loch, offenbar zum Basteln. Und hier nochmal Ramen Bowl. Also diese Nudelschüssel, die sind momentan offenbar sehr gefragt in der Nische. Also hier sehen wir, nach diesem Suchbegriff, Rahmenschüssel, für diese Nudeln, gibt es 10.000 Suchen im Monat. Das sind noch sehr, sehr viele. Also könnte man ruhig tiefer gehen in die Nische. 31, 32 Euro Durchschnittspreis, sehr hoch. Ich würde sagen, suchen wir uns das doch mal, schauen wir uns das direkt an auf Amazon, wie das aussieht, dieser Suchbegriff Rahmenschüssel. Das scheint eine sehr interessante Nische momentan zu sein, so sehen die aus. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, halt Keramik kann kaputt gehen. Also da musst du schon gucken, dass Qualität ist. Und hier siehst du auch, die Leute bündeln wie verrückt. Also du siehst nicht nur diese Schüsseln, sondern du siehst jede Menge Schüsseln mit Zubehör. Hier gibt es Stäbchen und Löffel. Hier gibt es Löffel und auch Stäbchen, nur Stäbchen. Hier gibt es offenbar noch ein Tablett darunter. Also sehr, sehr unterschiedlich, wie die Händler das anbieten. Und das ist mal, wie gesagt, ein ganz anderer Ansatz. Du suchst nicht konkrete Produkte. Du suchst Suchbegriffe, die einfach viel benutzt werden, weil was Leute viel suchen, werden sie auch viel kaufen. Umso mehr du andere Wege gehst, gehst als andere Händler, um dein Produkt zu finden, umso erfolgreicher wirst du. Schauen wir mal hier in die Competitorsuche. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du sagst, hey, ich interessiere mich so hier an eine Rahmenschüssel. So etwas möchte ich verkaufen. Dann würdest du die Produktnummer, die Asin, hier kopieren und hier einfügen. Dann kannst du nämlich angucken, wer solche ähnlichen Produkte verkauft und was die für Umsätze machen. Das heißt, du kannst gleich mal deine zukünftigen Konkurrenten ausspionieren. Du siehst hier monatliche Umsätze, 14.000 Euro im Monat, 4.000, 26.000, 2.000, hier 4.000. Also wahnsinnige Umsätze in dieser Nische. Und dann kommst du gleich in den Eindruck, für was für Preise die Leute so anbieten, was für Bewertungen sie haben. Und kannst dir mal so ein bisschen schon mal die Konkurrenten ausspionieren. Springen wir weiter. Hier gibt es eine Nischensuche, weil könnte ja sein, dass du mit dieser Nudelschüssel sagst, das ist so mein Ding, Schüsseln anzubieten. Und jetzt gibst du als Nische zum Beispiel Schüssel ein. Wobei du natürlich auch wieder sagen kannst, monatlicher Umsatz, vielleicht mindestens 5.000 Euro soll so eine Schüssel machen. Und preislich auch bei mindestens 15 Euro liegen, sagen wir mal bis 50 Euro. Damit gehen wir es mal auf die Suche. Und dann siehst du, wie diese Nische aussieht. Was für Arten von Schüsseln werden noch gekauft? Weil du vielleicht sagst, ich habe diese Nudelschüssel und ich will über die Zeit weitere Schüsseln anbieten. Ich will mich auf Schüsseln spezialisieren oder sei es eben dieses Hundespielzeug oder sei es eben andere Produkte, die wir vorhin geguckt haben, wie dieses Gewächshausset. Da kannst du gucken, mit was für Produkten du langfristig deinen Shop aufbauen kannst, was sich gut verkauft. Also Edelstahlschüsselenset. Hier gibt es nochmal Keramikschüsseln. Hier gibt es Schüsseln mit Deckel. Und da bekommst du einen sehr schönen Überblick, was in dieser Nische alles möglich ist. Also ich wette, viele, die das gucken, die haben vielleicht schon Helium 10, aber die haben außer Products hier noch keine weitere Funktionen benutzt. Und es ist so viel. Produkt Targeting, das klicken wir jetzt mal an. Das wird später interessant, wenn du ein bisschen Überblick über PPC bekommen willst. Das benutzen wir heute nicht. Aber ich denke mal, das wäre eine sehr schöne Übersicht heute über Helium 10. Übrigens, falls du solche Videos, wie die hier gut findest, noch nicht abonniert bist, jetzt ist deine Chance, unter dem Video auf Abo zu klicken, auf den Abonnieren-Button und auf das Glockensymbol. Weil dann lässt sich YouTube immer sofort wissen, wenn ein neues Amazon-Video von mir kommt mit solchen Tipps wie heute. Und falls du natürlich von Helium 10 noch nichts wusstest und sagst, wow, wo bekomme ich das jetzt her? Also das ist schon was, was du bei Amazon brauchst, wenn du als Händler starten willst. Du brauchst nicht viel, das ist das Schöne an diesem Business, außer eben ein Computer, später den Einkauf von Ware. Das sind die größten Posten und eben so eine Software, die ist unverzichtbar. Und unter dem Video hier gibt es auch den Link auf die Seite hier. Da findest du nämlich vor allen Dingen zwei Rabattcodes von mir. Markus 50 für 50% Rabatt im ersten Monat oder Markus 10 für 10%, aber lebenslang, Monat für Monat. Und das Ganze ist sehr fair, monatlich kündbar. Über diesen grünen Button geht es los, da machst du dir einen kostenlosen Account und dann kannst du wählen, welchen Plan du willst. Und das ist zum Beispiel der Platinum Plan. Da ist jedes Softwareprodukt von Helium 10 drin, was du je als Händler brauchen wirst. Und dort gibst du dann auch den Coupon-Code ein und dann werden die Preise rabattiert. Siehst du direkt, dass du weniger zahlst. Und dann kannst du loslegen mit deiner Produktsuche. Also vielen Dank fürs Ansehen von dem Video. Viel Erfolg bei deiner Produktsuche, würde ich natürlich sagen, beim selber nachmachen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Habt eine großartige Zeit. Ciao, ciao.